Hallo, ich bin Konrad Renner, der Geschäftsführer der Blue Pages GmbH und ich möchte mit diesem kurzen Video Ihr Interesse an einer Online-Plattform wecken. Auf den ersten Blick scheint diese Online-Plattform nur als Lernplattform für Schulen und Hochschulen geeignet zu sein. Auf den zweiten Blick, da wird jedermann erkennen, dass das eine ideale Sache ist, um Informationen bereitzustellen für spezielle Gruppen. Und da bietet sich natürlich, was den Zugriff und die Sicherheit betrifft, der Vergleich mit dem Online-Banking an. Auf den ersten Blick haben sie also scheinbar nichts miteinander zu tun, aber auf den zweiten Blick erkennt man schon, es ist absolut identisch. Wer beim Online-Banking aktiv werden will und sei es nur die Kontoauszüge anzuschauen, der muss sich zunächst anmelden, der muss ein Kennwort, was nur er selbst weiß, eingeben und dann hat er den Zugriff auf die Informationen, sprich seine Daten und kann also auch die Transaktionen, die da in letzter Zeit gelaufen sind, sehen oder kann eben Neues veranlassen, sprich Überweisungen tätigen. In ähnlicher Weise läuft das bei den Lernplattformen. Da melden sie sich an, da geben sie ihr Kennwort ein, was nur sie kennen, weil sie es nach dem ersten Anmelden sofort ändern mussten und dann kommen sie an die Daten, die für sie vorgesehen sind. Und diese Analogie, die trifft dann zu, wenn man so eine Lernplattform einsetzt, vielleicht auch im Bereich, fangen wir beim Kindergarten an, wenn da viele Eltern nicht zu den bildungsfernen Schichten gehören, sondern sie sind gewohnt mit Facebook, mit WhatsApp oder was auch immer zu arbeiten, Online-Banking vor allen Dingen zu machen, dann hat man die in wenigen Minuten eingewiesen, um beispielsweise den Elternbrief abzuholen. Das gilt natürlich auch bei Schulen und bei Hochschulen, aber das könnte man ja auch mit den Informationen verbinden, die in Betrieben bekannt gegeben werden. Da sind also viele Unterweisungen, die da anstehen, die man nachholen muss, weil vielleicht eine neue Maschine beschafft wurde und die kann man eben auf so einer Lernplattform bereitstellen und da sollen eben nur die Mitarbeiter Zugang haben. Und dass sie da von Kenntnis genommen haben, das will der Vorgesetzte natürlich auch protokolliert haben, wenn sie das nämlich nicht getan haben, dürfen sie mit der Maschine vielleicht nicht arbeiten. Oder er muss sie erst mal ranzitieren, weil sie vielleicht Probleme haben beim Lesen und beim Verständnis und dann kann er veranlassen, dass das eben dann auf eine andere Weise stattfindet und nicht eben über Online-Möglichkeiten. Auf den ersten Blick erscheint also da nicht allzu viel anders zu sein. Gezielte Anmeldung, nach der Anmeldung hat man Zugriff, entweder auf die Kontendaten oder auf die Daten, die einem im Unternehmen, in der Schule oder wo auch immer interessieren dürfen. Das ist also bei einer genauen Betrachtung sehr, sehr analog. Das will ich also hier in der Gegenüberstellung nochmal zeigen, eine Tabelle. Da haben wir eben Einwahlmöglichkeiten über Internet. Endgerät kann sein Smartphone, Tablet-PC oder normaler PC. Endgeräte sind also da sehr flexibel. Das geht ja auch beim Online-Banking so. Wer was sieht, hängt also von der Art der Anmeldung ab. Wenn das ein Benutzer ist, der eben seine Kontodaten ansehen will, der hat eben weniger Möglichkeiten, was zu sehen als der Bankmitarbeiter. Oder der Chef-Administrator vom Bankenrechenzentrum. Und das ist natürlich bei solchen Lernplattformen genauso. Der Schüler oder die Eltern von Kindern, ob Kindergarten oder Schule, die sofern sie also minderjährig sind, die haben dann die Möglichkeit, eben ihre eigenen Daten oder das Kind betreffende Daten anzuschauen. Oder eben Allgemeininformationen von der Einrichtung. Und das wird dann auch protokolliert, so wie die Bank ja auch ihre Transaktionen oder ihre Zugriffe protokolliert, haben sie eben die Kontendaten gelesen oder abgerufen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kriegt man das vielleicht gegen Gebühren zugeschickt. Im Kindergarten kann man, wenn man sieht, da sind Eltern, die nicht in der Lage sind, diese Informationen abzulegen, druckt man das eben aus. Und gibt es ihnen dann in die Hand. Das ist also auch analog bei der Bank. Ist natürlich mehr Aufwand. Die Bank stellt uns das in Rechnung, wenn wir da noch Papier haben wollen. Kindergarten geht das nicht. Wie lange braucht man für die Einarbeitung? Wenn jemand mit dem Online-Banking vielleicht eine Stunde sich einarbeiten musste, dann geht das mit einer Lernplattform natürlich genauso schnell. Manche kommen vielleicht schon nach Minuten damit klarer, weil sie solche Verfahren eben schon seit klein auf so gewohnt sind. Wer da Informationen bereitstellen muss, sei er Sachbearbeiter bei der Bank oder sei er Pädagoge, Erzieher, Lehrer, Ausbilder, der muss natürlich ein bisschen mehr wissen. Der muss vielleicht eine mehrstündige Einweisung durchlaufen haben. Da wird dann auch erklärt, was da an Schritten nötig ist, wenn man eben die Gruppe erweitert. Und das ist natürlich bei der Bank auch so. Im Rahmen der Ausbildung oder der Unterweisung muss man eben die Mitarbeiter einweisen. Völlig analog eben auch der Aufwand. Das will ich also jetzt nicht im Detail ausführen. Sie können das ja überprüfen. Und Sie haben auch nach diesem Video die Möglichkeit, wenn Sie unten in der Beschreibung schauen, das Ganze mal auszumobieren, sich anzumelden mit einem Namen, der da genannt ist, Max Muster oder einfach nur ein C, wenn man den Benutzernamen kürzer nicht machen will oder kann. Da nehmen Sie Benutzername C und Passwort C. Dann sehen Sie die beiden genannten Benutzer dieser Lernplattform. Sie haben unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten. Und so können Sie das dann auch mit Ihren Erfahrungen beim Online-Banking vergleichen. Ich will zeigen, wie das aussieht, wenn unterschiedliche Berechtigungsstufen vorliegen oder Zugangsberechtigungen zu verschiedenen Abschnitten. Dazu muss ich, wenn ich das erste Mal auf der Webseite bin, akzeptieren, dass da mit Cookies gearbeitet wird. Das habe ich gerade getan. Da melde ich mich jetzt mal an mit einer Person, die wenige Zugangsberechtigungen hat. Das ist der Max. Kennwort oder Passwort ist ein A, ein kleines, wenn Sie es dann mal nachvollziehen wollen. Und da sehen wir, Passwort speichere ich nicht, dann sehen wir, der kann hier bei Kurse zum Ausprobieren genau auf 2 zugreifen. Unterweisung in die Schulordnung und auf Windows 7, um sich da ein Betriebssystem schlau zu machen. Ich melde den Max mal wieder ab. Ich gehe auf Logout und melde mich jetzt mit einem anderen Benutzernamen an. Der ist der, der hier oben steht. C als Benutzername und C auch als Passwort. Damit können Sie also fast alle Kurse ausprobieren, die bei Blue Pages bereitgestellt sind. Und da gehe ich auch wieder auf Kurse zum Ausprobieren. Und da sehen Sie, hier stehen schon jede Menge Kurse. Und so kann man sich das natürlich auch mit Informationen vorstellen. Wenn wir uns vorstellen, statt der Kurse, da gibt es hier jeweils eine Zugangsberechtigung pro Baustelle oder pro Arbeitsgruppe oder was auch immer man sich thematisch zusammengefasst vorstellen kann. Und dann kommt man eben durch einen Klick automatisch da rein und kann sich dann beispielsweise über Architektur informieren. Und da sehen wir hier, was da steht. Ein Video und einige Fallbeispiele. Ja, das soll dazu reichen. Abmelden sollte man sich auch immer. Wie beim Bankkonto ja auch. Oder beim Online-Banking. Sonst kriegt man das nächste Mal einen Hinweis. Hier ist das nicht so dramatisch. Weil hier kann ja allenfalls bei meiner Übung abgegriffen werden, was da Informationen gibt. Aber wenn dann jemand über ihr Bankkonto vielleicht verfügen kann oder auch nur Informationen bekommt, dann wäre das schon ärgerlicher. So, wir haben hier gesehen, das ist also sehr ähnlich. Anmelden, zugreifen, abmelden. Was will ich mit diesem Video erreichen? Wenn Sie sagen, das Thema interessiert mich, das möchte ich also jetzt vertiefen. Ich möchte es vielleicht auch meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen zugänglich machen. Sprechen Sie mit mir. Ich kann so ein Halbtagsseminar persönlich vor Ort durchführen. Und da tun wir natürlich nicht nur ein bisschen reden, sondern wir führen alle wichtigen Aktionen auch mal aus. Das ist dann also auch schon eine Unterweisung und eine Einweisung. Und wenn Sie dann diese Lernplattform für sich nehmen, für Ihre Einrichtung, dann können wir die Fortsetzung der Unterweisung natürlich online machen. Dann sind keine Reisekosten mehr zu zahlen. Aber für den Einstieg ist heutzutage eine persönliche Unterweisung auch der Blick von Angesicht zu Angesicht mal wichtig. Dann sieht man viel schneller, ob derjenige das verstanden hat. Und der Erfahrungsaustausch ist natürlich im persönlichen Kontakt nachhaltiger, als wenn man das nur online macht. Aber wenn es dann hinterher im Detail um einzelne Fragen geht, die gar nicht die ganze Gruppe beantwortet haben möchte, dann ist natürlich so eine Online-Plattform ein ideales Beispiel. Das biete ich also auch an. Halbtagsseminare plus Fortsetzung des Themas in der Online-Plattform. Wenn Sie sich interessieren, dann senden Sie mir eine Mail oder versuchen mich anzurufen. Oft bin ich also auch telefonisch erreichbar. Aber die Mail ist immer das Sicherste. Dann kann ich zurückrufen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.